Ja, guten Morgen Freunde, der Billy ist ja so ein gehorsamer Hund. Ich zeige euch mal, wie er jetzt auch gleich hört. Billy, komm mal her. Billy, kommst du? Also wenn ich ihn rufe, dann guckt er immer so ein bisschen in die Gegend, weil er denkt, er sich, wenn der mich schon ruft, dann muss ja irgendwas hier sein. Und wenn dann er gemerkt hat, dass da nichts ist, dann kommt er halt. Na gut, wir sind hier ein bisschen auf dem Feld in Niedereschbach bei Frankfurt. Das sieht hier so ein bisschen aus. Und hier unten ist der Bach. Ja, und wie gesehen, der Billy ist immer noch nicht da. Billy, kommst du? So ist es. Genau wie ich.